hallo und herzlich willkommen zurück zu tutorial bekamen humans und stehen geblieben nachdem wir hier quasi wieder mit kann an dem büro angekommen sind und das büro untersuchen sollten rausgefunden hat das ein das hank wie hieß er andersen er hasst android das natürlich jetzt nicht gut für uns aber wir können ja mal gucken was wir noch machen können wir sind ja nicht fertig wir können können jetzt hier hoch nein er ist nicht verfügbar gerade hängt an geschnauzt so kann man hin archiv oben autorisiertes personal vor ist nicht wirklich so die mega coolen leute so hier haben unseren androiden wieder man wird mich zerstören tut mir leid das wollte ich nicht aber ich kann nichts für dich tun ich weiß dass du mir etwas verschweigst ich muss es wissen bevor sie dich abholen kommen wir fragen noch mal die skulptur die skulptur von dir erzähl mir mehr davon ich werde sterben mach das ding auf wir können nicht sterben lassen er hat nichts falsches getan öffne die zelle schnell beeilung er hat sich gekillt ich rufe cyber life an mach das sauber fuck vielleicht hätten wir doch irgendwas rauskriegen können ich kann hier noch reingucken oh ja greifen ist an pass auf was glottst du so ich komm kräftig noch rum ne ähm wo kommen wir noch hin wo bin ich jetzt gelandet ach hier finden wir was ich meine die aufgabe ich suche hier so ein bisschen das büro naja den abweich ist erricht bitte wieder rauslassen danke können wir denn hier in den ersten rum rein ne schade hier in den toiletten da darfst du rein aber das ist ja nett wie ein mensch das sind alles toiletten würde ich sagen wir würden wahrscheinlich nichts machen können gut gehen wir wieder gut wo waren wir jetzt wir waren jetzt hier wir waren bei den zellen die waren hier hier gibt es nichts mehr was haben wir hier eine Cafeteria auch nicht er sieh mal da unser Freund der Plastikdetektiv ist wieder da herzlichen Glückwunsch für letzte Nacht sehr beeindruckend hm Hallo mein Name ist Connor ein wie dich habe ich noch nie gesehen welches Modell RK800 ich bin ein Prototyp ein Prototyp Androiden Detektiv also ersetzen uns jetzt Maschinen ist das so hey bring mir einen Kaffee Arschloch jetzt mach's schon du dir einen Gefallen halt dich von mir fern kannst du dir Anderson bringen mehreren Quellen die Polizei von Detroit mit einem neuen Detektiv Androiden ausgestattet es war seit einigen Jahren Android Hilfspolizisten eingesetzt doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt wir warten Cyberlife um einen Kommentar doch niemand wollte unsere Fragen beantworten das erste Buch einer künstlichen Intelligenz wurde gerade veröffentlicht und sein Erfolg übertrifft alle Erwartungen träumen Menschen von tierischen Schafen steht an der Spitze der Bestsellerliste auch die Kritiker loben einhellig die gedankliche Tiefe und Originalität dieses Erstlingswerks erbaut von Cyberlife analysierte die KI namens Voltaire monatelang in sozialen Netzwerken menschliche Interessen bevor ihre komplexen Algorithmen den Roman schließlich erzeugten mehreren Experten zufolge wird es für menschliche Autoren schwierig mit dem Prozess zu konkurrieren so dass voraussichtlich die meisten Werke der kommenden Jahre von künstlicher Intelligenz stammen werden schon immer das ist natürlich jetzt schlecht für Menschen Meeting Room ich darf doch jetzt rein oder? ne schade was haben wir denn hier noch? wir waren jetzt hier überall wir haben das geguckt er ist uns angegangen hm reden wir mit Anderson obwohl hier guck mal er ist jetzt hier ich habe den Eindruck meine Anwesenheit kommt Ihnen etwas ungelegen sie sollen wissen dass mir das wirklich sehr leid tut partner wir sind jetzt Partner wir sind jetzt Partner da wäre es schön sich näher kennenzulernen oh gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? den da benutzt gerade keiner ich will eigentlich mit dem hier reden und leider wurde schon gerade eiskalt ignoriert ähm hier rüber oder was oder hier oder ach hier genau daneben setzen wir uns mal mit hin Hund sie haben einen Hund ja woher warst du das? die Hundehaare an ihrem Stuhl ich mag Hunde wie heißt ihr Hund? was geht's dich an? sumo er heißt sumo musik kennen Sie die Nights of the Black Death? ich mag diese Art von Musik sie ist so energiegeladen du hörst heavy metal? naja ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne doch ich würde gern ähm Anti-Androiden es gibt viele Leute die sich nicht gern mit Androiden umgeben ich frage mich haben sie einen konkreten Grund warum sie mich nicht mögen ja es gibt einen Mist ähm Fooler was heißt Fooler? kennen Sie Captain Fauler schon lange? ja zu lange Uhrzeit ich frage mich kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit oh das war jetzt böse ich komme wenn ich komme jetzt hör auf zu nerven okay? Mist ja wenn es Dateien über Abweichler gibt würde ich sie mir gerne ansehen da steht dein Computer ich wünsche dir viel Freude gut Zugang Fallakte ähm Fallbezug verschwinden Opfer Gordon Lopez melden darf es ID 9101 Einheit 421 Fall von Lieutenant Anderson Fallstatus Ungelöst Android involviert ja der Kläger berichtet er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen als er zur Arbeit gegangen sei als er zurückkehrte konnte er den Androiden nirgendwo finden keine Spuren eines Einbruchs ins Apartment der Android hat die Wohnung womöglich ohne Befehl verlassen Angriff Opferschafspell Meldung Officer ID 1379 Einheit 566 Fall von Lieutenant Anderson Fallstatus Ungelöst Android involviert ja Der Kläger Der Kläger behauptete er sei von seinem Androiden des Modells AV500 Nummer 231 777821 angegriffen worden die als Kellner bei der Restaurantkette Fast Conny Dogs in 842 Chamberlain Avenue arbeitete Der Kläger behauptete der Android habe ihn unerwartet angesprungen versucht den Mann zu erwürgen bevor er den Ort verließ Der Android ist immer noch flüchtig Fallbezug Angriff Sir Cornwell ID 4761 Einheit 714 Fall von Lieutenant Anderson Fallstatus Ungelöst Android involviert ja Die Klägerin behauptet von ihrem Androiden einem AP700 Nummer 480 113 802 eingegriffen worden zu sein Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet bevor er geflüchtet ist dann haben wir nochmal was und zwar Fallbezug verschwinden Floyd Mills melden der Officer ID 74 äh ja 7 nee 4703 Einheit 815 Fall von Lieutenant Anderson Fallstatus Ungelöst Antrieb involviert ja Der Kläger der Manager des Eden Club berichtet vom unerklärlichen Verschwinden einer 6 Druiden Modell WR400 W Nummer 641 7 7 790 38 Der Android verschwand nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie zum Club zurückgekehrt Scan 243 Dateien die erste von vor 9 Monaten alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus ein AX400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein Cara ich verstehe dass sie persönliche Probleme haben Lieutenant aber sie müssen nach vorne schauen und hey sprich nicht mit mir als ob du mich kennst ich bin nicht dein Freund und brauche dein Rat nicht okay vielleicht ist das eine neue Art von Red Ice mein Auftrag ist diese Mission Lieutenant ich werde nicht darauf warten bis sie wieder Lust haben zu arbeiten wenn es nach mir ginge würde ich euch alle auf den Müll wirften und ein Feuer machen also nervt mich bloß nicht oder ich vergesse mich noch ähm Lieutenant es tut mir leid wenn ich störe ich habe Neuigkeiten über den AX400 der diesen Kerl getötet hat er ist wohl im Ravendale Distrikt bin dran Mist hat nicht so ganz geklappt wir haben alles aufgebaut haben wieder verbaut auf Hank warten so wir gehen mal gucken was haben wir denn da alles ähm könnten wir denn bitte wieder hantieren gut wir gehen mal nach ganz vorne und zwar hier wir gehen zoom na mal gucken wir haben sie gefunden das ist alles klar haben dann da gesprochen sind dann da lang jetzt hier ähm die ist auf jeden Fall gestorben da kann ich nichts gegen machen da haben wir nach etwas gelesen hier fehlt uns zwei was wahrscheinlich nicht gelesen war dann was nicht hier okay so dann haben wir da gequatscht und Hank hat eine Spur sonst hätten wir wahrscheinlich Hank allein gelassen Hank ist sauer hm fortfahren 6. November 2038 wir werden uns wahrscheinlich wieder clever spielen und die suchen sie jetzt auf jeden Fall safe alles zuverlässig aufstehen ich finde diese neue Steuerung ist irgendwie mega cool weil die halt was anderes ist du musst halt quasi selbst mitspielen so was haben wir Feuer neu empfangen okay erstmal überprüfen ich würde gerne erstmal wieder hier rechts reingucken ist sie immer noch hier hier haben wir was was ist denn hier okay nichts besonderes glaube ich was haben wir da das sind diese ganzen R9A oder so R9 andersrum hm das haben wir hier Spielautomat ähnere den Aussehen finde neue Kleidung ok ich guck nochmal nach was unsere Aufträge finde ändert dein Aussehen finde neue Kleidung dann müssen wir wahrscheinlich stinklos werden können wir aus der Tür raus Fragezeichen nein hier gucken wir hier haben wir was gefunden Holz gehen wir mal schnell durch legen wir rein warten wie machen wir das jetzt können wir denn jetzt hoch ja hier ist doch eine Tür hab ich doch hä und jetzt sind es auch so viele das wird zu ok hier haben wir einen Schrank komm wir in den Schrank hier haben wir auch einen guck mal vielleicht finden wir Kleidung perfekt nehmen falsch abgelegt finde ich sieht rebellisch aus gut jetzt nimm bitte wieder die Waffe schneide die Haare ok erstmal die hier nimmst du wieder mit das könnte alles Probleme verursachen wenn die liegen lässt hier schneide die Haare was haben wir denn da wir gehen mal hier ran und zack die Stadt lebt wieder lebt alles auf wir haben Geld wir haben eine Waffe wichtig wir müssen unsere Haare irgendwie kleiner machen die müssen anders aussehen das fällt zu sehr auf was haben wir hier hat sich schon mal noch nichts geändert können wir nochmal ausgucken ich habe jetzt das Gefühl Connor wird Kara suchen und so werden sich die Charaktere schon mal treffen so warte mal könnte ich mir gerade die Tüze machen ne ok schauen die Frage ist natürlich wie kurz das sich jetzt macht geht das überhaupt das geht Zugriff auf AX400 Optionen wähle eine neue Haarfarbe aus hm man schwarz die kann das einfach umfärben ok wir probieren einfach mal alles aus ich glaube ich bleibe bei blond es passt irgendwie keine Ahnung müssen wir uns das entfernen kluger Schritt ah das hört sich so schmerzhaft an dann bleibt das aussehen noch wirklich blond so so jetzt mal gucken können wir irgendwas hier ändern noch ne gut gehen wir mal ne warte wir können das noch öffnen 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 und zack so 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 zu der Aussage hm die ich warte bis die weg sind die Penner die hat ihn getötet das ist richtig kacke das noch auszufinden jetzt weiß ich warum der eine Spur hat wegen dem Diebstahl unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft falls jemand was gesehen hat ok sag mir Bescheid wenn sie irgendwas finden was willst du mit dem machen ich hab keine Ahnung fuck heng warm sie nahm den ersten Bus der vorbeikam und fuhr bis zur Endstation die Aktion war nicht geplant sie handelte aus Angst androiden fühlen keine Angst abweichler schon sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational aber das sagt uns nicht wo sie hin ist sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel vielleicht ist sie nicht weit vielleicht boah das ist jetzt richtig kacke weil du spielst es quasi Ralph hat was zu essen für das Kind ist gut für sie ein Geschenk ja mein Problem äh ralf will kochen wir machen es genau wie die Menschen Menschen mögen Fleisch komm komm setz euch äh ach klar schon besser ralf hatte große Mühe etwas zu essen für das kleine Männchen zu finden es wäre unhöflich wenn es das ablehnt oder nicht das wird ganz toll köstlich oh ja köstlich köstlich vater mutter kleines Kind ich will das nicht essen was sagt sie sie sagte es sieht lecker aus sie ist sehr hungrig der kleine Mensch wird es nicht bereuen Ralph fing den besten den größten der da war das wird ein köstliches Mahl köstlich was ich 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 es es sieht eklig aus ich 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 na warte mal ich hab die Leiche gesehen du hast den Mann getötet nicht wahr nein nein er war schon so als Ralf ihn fand Familie du sagtest es soll wie in einer Familie sein Ralph Vater Mutter kleine Tochter oder ein Vater würde sein kleines Mädchen niemals mit einem Messer zum Essen zwingen stimmt auch wieder Ralf hat sich Mühe gegeben deshalb wollte er dass das kleine Mädchen ist Ralf ist nicht böse nein nicht böse dann lass uns gehen jemand zu Hause am Zaun klickt blaues Blut ich weiß dass noch ein anderer Android hier war weißt du wie kacke das jetzt ist ich tue mich gerade quasi selbst überführen das ist ja schon schlimm genug das Auto hätte mal gesehen das Auto hätte mal gesehen ich will mich nicht selbst überführen ich will mich nicht selbst überführen bitte nicht nicht so das war wenn wir ihnen das Geld geklaut haben wir hätten es nicht tun dürfen na gut dann gehen wir jetzt mal kurz bevor es vorbei ist hier rein und ich will die tut die die das die 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 Bis zum nächsten Mal und tschüss.